So, hallo und jetzt kommen wir zurück zum Let's Play Minecraft. Wie ihr es gerade gehört habt, mal ein bisschen mit Musik. Und ja, momentan ist bei mir Abend, einen strengen Tag. Und hab gesagt, ich spiele jetzt noch eine Runde Minecraft. So schön zur Beruhigung. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, da hinten bei diesem häuseren. Ähm, so kurz zum sagen, ich hab schon länger nicht mehr auf dieser Welt gespielt. Da ich einfach irgendwie nicht so Lust hatte auf diese Welt. Keine Ahnung, keine Ahnung, gefällt mir an die Welt. Weiß nicht wie so. Wenn ihr wollt, kann ich ja meine andere Welt nehmen, die kann ich euch ja dann mal zeigen. Ja, wir gehen jetzt ganz gemütlich zum Starnhäusern. Ich hoffe, ihr genießt diesmal die Folge auch einfach ein bisschen. Einfach mal so schön ruhig. Denn es muss ja nicht immer gleich alles Action vollgeladen sein. Sondern einfach mal nur ein bisschen schön bauen. So. Ja. Dann bauen wir Platz auf Platz. Und wie wir es so gut können. Vielleicht hört es ein bisschen bisschen, ich bin ein bisschen erkältet. Aber ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Aber man hört es nicht sehr gut. Ach, müssen wir uns noch eine Axt machen. Dann brauchen wir nochmal Holz. Ja. Ja. Unser schön verkrüppeltes Häuschen da oben. Ja. Laufen wir schön gemütlich. Äh. Mit dem lisseren, leiseren Sound. Und die Musik nicht zu sehr zu stören. Die wir jetzt einfach mal nur genießen. Und gehen zu unserem schönen Häuschen. Naja. Klein. Klein, aber fein. Schöne ich da mal. Klar, da habe ich nichts gebrannt. Und doch nicht gut. Und mir und mein Axt. Und wir müssen wohl da kloppen. Jo, was gibt es noch zu erzählen? Jo. Wir haben schönes Wetter. War heute im Schwimmband mit der Schule. Nicht schlecht. Und ja. Wasser hatte 27 Grad. Schön warm. Grün ruhig. Na ja. Eher ein bisschen ein Massaker. Dann noch klein noch Training. Darum bin ich jetzt das müde. Und werde wahrscheinlich schon bald wieder schlafen gehen. Vielleicht morgen ja wieder früh aufstehen muss. Leider. Jo. Ich finde, bei solcher Musik kann man sich einfach wunderbar entspannen. Und einfach mal alles liegen lassen. Und einfach mal nur. Na die müdlichen Parts in Minecraft schauen. Ja. Ich glaube, solche Parts werde ich noch öfter machen. Ja, ich weiß, es sollte wieder mal eine Folge Pinumbra. Resident Evil also kommen. Also vor allem Backcompany 2. Aber da habe ich momentan etwas Probleme. Denk in den Necks und so. Aber dazu ein anderes Mal. Wir wollen es jetzt mal schön genießen. Ich mache hier dann gleich noch die Decke fertig. So. Ich bin mir so überlegen, ob ich ab der Beta 1.6 hier und dann noch diese Woche raus neu beginnen soll. Einfach so neu anfangen. Denn ja. Ich weiß nicht, aber irgendwie gefällt mir das vielleicht nicht so zu ihr. Aber wir machen jetzt das Beste daraus. Und dann ein schöner Sonnenuntergang. Und der Tag in Minecraft geht langsam zu Ende. Wir marschieren mit unserer Fackel noch ganz langsam zu unserem Haus, wo wir uns gleich schlafen legen. Genießen euch den schönen Sonnenuntergang über einem weiten, großen, blauen Ozean. Wir gehen am Kaktus vorbei und schauen, dass wir auf der richtigen Spur bleiben. Langsam wird es überall dunkel. Und der schöne Sonnenball verschwindet hinter dem Horizont. Dafür erscheinen Sterne und ein großer, viereckiger Mond geht auf. Von Wolken überzogen, über dem Roten, der sich fast ins Blau bis Schwarze änderte. Wir gehen langsam ins Haus ein, schliessen die Türe, schauen dem aufgehenden Mond zu, in unserem selbstgebauten Aussichtspunkt. Und genießen jetzt einfach nur noch die Zeit und den schönen Leitbau. Naja, ja. Genießen die schöne Minecraft-Felde. Musik lassen sich etwas auf uns einwirken. Dann gehen wir langsam wieder die Leitern nach oben und legen uns zu schlafen. Ein neuer Tag bricht an. Die Sonne geht auf. Die Dunkelheit verschindet langsam. Schweine springen herum. Musik lassen sich etwas auf uns einwirken. Und wir gehen weiter an unserer Arbeit. Die Schweine rennt kurz in uns an. Und wir begrüßen sie mit einem sanften Hieb mit einer Axt. Gleich, sobald ich den Baum werde. Und wir begrüßen sie mit einem leichten Axt-Hieb im Kopf. Dann laufen wir langsam über einen Strand, der von der Morgensunge gewärmt wird. Über Stein, Sand. Und gehen zu unserem noch nicht fertigen Haus. Und bauen erstmal die Decke noch schön. bei dem Baum sind in der Nähe conocen. Und dann gehen wir langsam auf den Boden und ziehen. Und dann gehen wir langsam an. Und dann hole die Tür auch auf uns. Und dann gehen wir langsam an. Der ist nicht nur noch ein Stad. So, wie es scheint, geht der Part und hat der Part auch schon dem Ende. Und ich verschärfschiede mich wieder mal von euch in einem wundervollen Part von Minecraft. Ich hoffe, er hat euch gefallen und da kommt auch schon ein Wolf, den versuche ich nachher gleich noch zu zähmen, offscreen. Und schreibt mir doch, ob ich, ja, ich beginne wahrscheinlich eine neue Welt. Ab der Beta 1.6. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, er war diesmal eher etwas ruhiger. Und ja, ich wünsche euch einfach einen schönen Abend oder so zwei Wölfe cool. So, was auch immer, was ihr gerade habt. Und bis zum nächsten Mal bei den ScreeningCraft. Ciao.